Viele Unternehmen vertrauen ihre Logistik DB Schenker an. Ob schnell und flexibel in der Luft, zuverlässig per Schiff, über Land auf dem dichtesten Verkehrsnetz Europas oder als kosteneffiziente Lagerlogistik inklusive Montage. Aber das ist nicht alles, denn DB Schenker steht auch für Know-how und Erfahrung im Umgang mit hochsensiblen oder überdimensionierten Waren wie Trafos, Loks oder Kohlestaubsilos. Mit dem DB Schenker Team für Industrielogistik ist alles mobil. Auch mehrere hundert Tonnen sind dank Spezialequipment, globaler Infrastruktur und dem entsprechenden Expertennetzwerk kein Problem. Weltweit. Aber es geht auch kleiner. Wir handeln ca. 60 Millionen Flaschen nach Deutschland rein. Wein ist natürlich eine besondere Commodity, weil sie temperatursensitiv ist. Wir haben die DB Schenker Smartbox. Das ist ein Datenträger, der eigentlich den ganzen Transport monitoren könnte. Er zeichnet auf Temperaturentwicklung, er zeichnet auf, wo er sich gerade befindet. Damit Weine aus aller Welt unbeschadet ihr Ziel erreichen, übernimmt DB Schenker Beverages die komplette Logistik vom Erzeuger bis zum Händler. Das beinhaltet Spezialverpackungen, Temperaturmonitoring, die Abwicklung aller Zoll- und Sicherheitsleistungen und mehr. Logistik mit einem Höchstmaß an Individualität, das ist DB Schenker Art. Vom Oscar über einen Dürer bis zur lebensgroßen Bronzefigur – alles ist in maßgeschneiderten Verpackungen unterwegs. Widmen Sie sich entspannt Ihrem Kerngeschäft, während geschultes Personal für Auf- und Abbau sorgt, den Transport begleitet und sich um die Abfertigung an internationalen Flughäfen kümmert. Was wäre Sport ohne eine repräsentative Infrastruktur? Als fester Partner von Hertha BSC verwandelt DB Schenker das Olympiastadion seit sieben Jahren regelmäßig in eine Bühne für den Berliner Fußballverein. Das beinhaltet die Gesamtkoordination sowie die Verwaltung des Lagers und die Einhaltung der Denkmalschutzrichtlinien beim Auf- und Abbau. Ob groß, klein oder anspruchsvoll – bei den Experten von DB Schenker Logistics ist jeder Auftrag in besten Händen.